Ich habe doch gesagt, mein Bauchgefühl täuscht mich einfach nicht. Also wenn ich drei Tage ausmahne, dann wisst ihr warum. Servus, mein Lieben, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und tatsächlich war ich ein bisschen lange am überlegen, ob ich dieses Video überhaupt online stellen werde oder nicht. Denn das hier war jetzt quasi die Harry Potter Gender Party. Und oh mein Gott, ich habe so lange gebraucht mit den Vorbereitungen. Ich habe hier einen kleinen Dementor gebastelt. Einen etwas süßen Dementor, der natürlich einen nicht unbedingt zum Schreien bzw. zum Erschrecken bringt. Er sollte sehr schnuffig sein, damit die Kids, vor allem der Kleine, ja einfach nicht quasi in Panik ausbricht, wenn er ihn sieht. Aber er fand ihn dann doch ein klein wenig gruselig. Nichtsdestotrotz fand ich ihn richtig knuffig. Der war dann bei uns nämlich unten im Treppenhaus. Ich weiß gar nicht, ob ich das auf Video habe, aber ein Foto habe ich, glaube ich, gemacht gehabt. Vielleicht finde ich das noch, dann kann ich das einblenden. Und dann habe ich mich auch schon an die Eulen dran gemacht. Und die Eulen sind einfach nur weiße Luftballons. Und da habe ich mir bei Pinterest einfach ein bisschen Inspiration geholt und die dann dementsprechend versucht hinzukriegen. Aber irgendwie waren die Eulen dann doch etwas komisch. Am Anfang wollte ich nämlich auch, dass ich das Ganze wiederverwenden kann. Also quasi habe ich keinen Knoten unten reingemacht, sondern habe das Ganze nur mit einer Schnur befestigt, damit ich es eben für das nächste Jahr wiederverwenden kann. Denn eigentlich hatten wir vor, jedes Jahr so eine Art Harry Potter Party zu machen. Aber wir sind jetzt dann auf etwas anderes gekommen. Und zwar werden wir dann ab Oktober das starten. Ab nächstem Jahr ist zumindest jetzt so der Plan. Und wir machen ja einmal die Woche einen Pizzaabend. Meistens am Wochenende, entweder Freitag, Samstag oder Sonntag. Das kommt immer ganz darauf an, wie man eben arbeitet. Und dann möchten wir das ab nächstem Jahr so handhaben, dass wir ab Oktober damit starten. Alles schön herrichten und dekorieren. Und dann immer eben an dem jeweiligen Tag einen Harry Potter Film sozusagen gucken. Wir machen quasi dann einen Harry Potter Marathon. Aber nicht auf einmal, weil das würden wir nicht hinbekommen. Vor allem nicht mit den Kindern. Und nächstes Jahr um die Zeit ist das kleine Zweckerle ja dann auch schon da. Ja, dann wird das glaube ich nichts, wenn wir das wirklich einen Tag komplett durchziehen. Das wird einfach zu viel. Und natürlich wollen auch die Kinder dabei sein. Meine Mutter möchte auch dabei sein wahrscheinlich. Denn sie mag auch Harry Potter. Und dann können wir das einmal gemeinsam sozusagen durchziehen. Denn es hat sich ja da mit meiner besten Freundin, wie gesagt, ein bisschen was ergeben. Das einfach wegen ihrem Glauben. Sie jetzt hat die Filme nicht mehr mit angucken. Darf, kann, möchte, wie auch immer. Da kann, werde ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Es ist jetzt so. Und wir haben uns auf jeden Fall ausgesprochen. Ja, das war eigentlich, klar, am Anfang war ich voll sauer. Schwanger, Hormone. Ich war schon ein bisschen sauer. Und meine beste Freundin meinte so, also eigentlich habe ich jetzt damit gerechnet, dass du mich mehr anschnauzt. Aber wir haben es auf jeden Fall hingekriegt. Und es war trotzdem ein sehr schöner Abend. Und ich habe dann mit meiner Familie, also meine Familie hat mir da super geholfen, mein Mann und auch meine Mutter und die Große auch. Wir haben dann eben so Schlüssel und Flügel. Ich habe dann bei Amazon nämlich einiges bestellt gehabt für den Harry Potter Filmeabend. Und das kann ich euch gerne einmal unten in der Infobox auf jeden Fall verlinken. Es sind echt super Sachen mit dabei gewesen. Einfach, was ich so alles genutzt habe. Und dann könnt ihr, falls ihr nämlich selber eine Harry Potter Party mal planen solltet, je nachdem für was. Kann ja auch zum Beispiel eine Geburtstagsfeier oder so sein. Dann könnt ihr euch da auf jeden Fall ein bisschen Inspiration holen. Und es war so ein Gefiesel, diese ganzen Schlüssel da zu machen. Ihr glaubt es gar nicht. Ich weiß nicht, wie lange. Wir haben, glaube ich, zwei Stunden oder so gebraucht. Einfach nur, um diese Flügel da an die Schlüssel dran zu machen. Es war wirklich eine fieses Arbeit. Ich hätte es nicht gedacht, dass es so anstrengend einfach sein kann. Hier seht ihr das Ganze ein bisschen im Schnelldurchlauf. Da war es natürlich etwas einfacher und angenehmer. Ich habe dann irgendwann die Knoten vorgemacht. Also quasi mit dieser Schnur habe ich einen Knoten reingemacht. Und mein Mann hat es dann einfach an dem Schlüssel dann noch befestigt. Damit habe ich ihm schon ein bisschen Arbeit abgenommen. Weil er dann nur noch die Schlüssel quasi durch die Öffnung da durchfieseln musste. Damit hat es auf jeden Fall wunderbar geklappt gehabt. Und ich war so froh, als wir damit einfach fertig gewesen sind. Weil es so immens anstrengend war. Dann habe ich mich natürlich auch noch an die Snacks rangewagt. Hierfür habe ich auch Schilder erstellt. Die habe ich aber selber gemacht. Also die gab es jetzt leider nicht im Internet zum Ausdrucken. Ich habe dann nämlich bei Pinterest tatsächlich sehr, sehr viele gesehen gehabt, wo mir die Schrift unheimlich gut gefallen hatte. Aber leider habe ich dazu keinen Link und nichts gefunden, um das zu machen. Und ich habe mir diese Vorratsboxen da mir geholt. Gehört eigentlich für die Küche. Und seitdem wir diese Harry Potter Party gemacht haben, nutze ich die auch noch für so Süßkram. Ich glaube, diese Hufflepuffs, wie ich sie hier so schön genannt habe, das ist natürlich alles von Pinterest inspiriert und so. Die haben wir noch da. Also die sind noch nicht aufgebraucht. Alles andere, glaube ich, hat mein Mann schon verputzt. So diese Slytherin Snakes. Also da konnte man wirklich auf Pinterest sehr, sehr viel Inspiration sich holen. Und das habe ich natürlich dann auch versucht in die Tat umzusetzen. Es hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Meine beste Freundin war dann an dem Tag auch da. Und da hat sie dann zum Glück noch mithelfen können ein bisschen. Wir haben dann auch draußen noch die restlichen Schlüssel angebracht. Und dann habe ich auch noch für die Tür so einen, wie nennt sich das, so einen Vorhang quasi geholt mit dem Gleis 9,3 Viertel, wo man dann durchgehen kann. Richtig cool. Das seht ihr dann später auf jeden Fall. Da ist dann Unicorn Poop. Da findet man so viele lustige Sachen bei Pinterest. Mega cool. Und auch so bei Google. Ich wollte dann eigentlich auch noch ein paar andere Sachen ausdrucken. Die maulende Mürte zum Beispiel, die wollte ich dann eigentlich noch an den Klodeckel dran machen. Das wollte ich ursprünglich noch hinschreiben an den Spiegel, dass die Kammer des Schreckens eben geöffnet wurde und so weiter. Aber ja, das war dann irgendwie dann doch ein bisschen zu viel, weil wir haben einen Tag zuvor haben wir angefangen mit den Vorbereitungen. Und das war dann doch etwas zu knapp. Also beim nächsten Mal, wie gesagt, nächstes Jahr fängt es ja im Oktober an. Da werde ich wahrscheinlich so Ende September die letzte Woche einfach nehmen und damit dann anfangen. Und hier wollte ich quasi Besen machen mit diesem, ich glaube Eiskonfekt nennt sich das. Das hat am Anfang leider nicht so gut geklappt, denn ich wollte unbedingt, dass das Holz quasi, also wo eben nicht die Schokolade dran war, dass das da drin steckt. Dann ist mir aber aufgefallen, dass es eigentlich total dämlich ist, weil man will ja irgendwas zum Anfassen haben, dass man das eben besser greifen kann. Und irgendwann sind wir dann auf die Idee gekommen, mit einem Zahnstocher erstmal das Loch so vorzubohren. Aber durch die Reibung, durch die Hitze hat es dann doch besser gehalten. Also ich habe es dann so gemacht, dass meine beste Freundin und die Große dann quasi so das Loch ein bisschen vorgemacht haben. Und ich habe dann die Schokolade so zum Schmelzen gebracht quasi durch die Reibung und dann hat es besser daran gehaftet. Ja, am Ende hat es wunderbar funktioniert. Ich wusste dann auch nicht so ganz, wie ich das Ganze hinrichten und anrichten und platzieren soll. Dann habe ich versucht natürlich, dass man auch den Schriftzug sieht und einfach sieht, was es denn überhaupt ist. Also habe ich die Besen dann quasi irgendwie verschoben und einmal hin und einmal zurück und dann hier und da. Am Ende hat es dann auf jeden Fall geklappt und ich habe zum Glück einen Platz dafür gefunden. Das sind nämlich die Nimbus 2000er. Und ich hatte da eigentlich auch was richtig Gutes gefunden gehabt bei Pinterest. Das waren die Ravenclaws, also die Krallen sozusagen. Aber ich habe leider bei uns im Supermarkt nichts gefunden, was dazu passen könnte. Das sah aus wie so Krallen, auch so ähnlich wie Tortilla-Chips. Ich glaube, wir hatten das ja mal früher gehabt. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Da hatte ich dann die Hexenhüte mit den Dips. Also das waren quasi diese Tortilla-Chips und dann zwei Dips noch mit dazu. Es war wirklich für jeden Geschmack eigentlich irgendetwas dabei. Dann habe ich hier noch die restlichen Zauberstäbe quasi genommen. Beziehungsweise Besen waren das dann. Also von dem Mikado. Habe ich dann genutzt und war echt sehr zufrieden damit. Ich bin so froh, dass ich beim Gebrauchbahnhof immer wieder mal mir solche Glasschälchen geholt habe, weil die einfach mega praktisch sind. Auch das hier jetzt, was ihr gerade seht, mit diesen drei Abteilen. Da habe ich auch Tomate-Mozzarella immer wieder mal gemacht. Also mega cool. Und ich freue mich auch schon auf Weihnachten und auf Silvester, wenn ich da einfach wieder alles schön anrichten und dekorieren darf. Da bin ich echt sehr gespannt, was wir dann auch dieses Jahr dann an Silvester machen. Denn ich habe ein bisschen was Neues vor. Auch an Weihnachten haben wir ein bisschen was anderes vor. Dazu wird aber natürlich ein Video kommen. Also das möchte ich auf jeden Fall mit der Kamera festhalten. Zwar nicht so viel, weil wir den Augenblick beziehungsweise das Geschehen für uns natürlich auch haben wollen. Aber ein bisschen was möchte ich auch so als Erinnerung dann festhalten als Film, wenn ihr versteht, was ich meine. Und diese Schokoballs, also die Dracheneier, die kamen mir natürlich auch ganz gut an. Vor allem der Kleine. Der fand die so mega lecker. Und es war so eine Eskalation von Süßigkeiten einfach. Ich habe auch dem Kleinen gesagt, dass das natürlich nicht immer so ist. Und möchte ich auch dann generell, wenn wir diese Abende dann planen, möchte ich das nicht mehr so krass machen, weil das war ja wirklich dieser eine Abend nur. Und hier seht ihr dann nämlich das, was ich gemeint habe mit diesem Vorhang. Wir waren am Überlegen, dass wir oben in der Mitte noch eine Reißzwecke machen, dass es einfach wirklich gerade ist. Aber so war das auch ganz praktisch, wenn man dann direkt durchgehen konnte. Dann waren da noch ein paar Kerzen und die Ollen mit den Einladungen sozusagen da gehangen. Also mega, mega cool. Da haben wir davor nämlich auch noch ein paar gepackt. Und ja, ich fand es eigentlich richtig, richtig schön. Es ist jetzt nicht zu viel gewesen, also nicht überladen, aber ein bisschen was auf jeden Fall. Und ich wollte eigentlich eine Feuerschalle haben, weil wir wollten ja an dem Abend Stockbrot machen und wir wollen ja generell öfter mal Stockbrot machen oder auch so ums Lagerfeuer quasi rumsitzen. Ist natürlich im Herbst und im Winter auch ganz schön. Allerdings hat mich das dann immer gestört gehabt, dass das so riesig war. Das war immer so eine riesengroße Schale und man wusste nicht, wohin damit, wenn man die dann eben nicht mehr gebraucht hat. Also sind wir zum Obi gegangen, beziehungsweise ich habe erstmal beim Obi natürlich online geguckt und habe dann die da gefunden. Und die ist so mega praktisch einfach, weil man die in Hand umdrehen, kann man die wieder zusammen und abbauen sozusagen, damit die nicht so viel Platz einfach wegnimmt. Und ich finde es auch mit diesem Feuer, mit diesem Flammendesign, den finde ich richtig cool. Wenn ich die finde, dann verlinke ich euch die natürlich unten noch in der Infobox und die ist so schnell aufgebaut gewesen. Eigentlich ist das total easy, man muss es wirklich nur ineinander stecken. Nichts schrauben, gar nichts. Das war so mega einfach. Am besten ist natürlich, man hat zwei Hände, dass die, äh vier Hände, also man hat quasi zwei Personen und eine helfende Person, die dann eben helfen kann, das zu halten. Dann tut man da das runter. Und ich glaube, man kann da das auch als Grill benutzen, wenn mich nicht alles täuscht. Also man kann diesen Grillhorst ja anscheinend auch oben da drauf stellen. Wir haben ihn natürlich unten hingetan, dass wir da das Holz dann drauf tun konnten, damit nämlich der Ruß und alles drum und dran, die ganze Asche, dass die dann nach da unten geht. Und dann haben wir auch schon die ganzen Süßigkeiten nach draußen gepackt. Erst waren wir so, hm, sollen wir das vielleicht doch innen machen? Ich habe mir irgendwie gedacht, komm, das packen wir jetzt nach draußen. Na, weil wenn wir eh schon draußen sind und beim Stockbrot, dann kann man zwischendurch sich immer wieder mal was Süßes zum Knabbern holen. Und ich fand es mega, mega, mega schön, wie das da aufgebaut war. Mein Mann hat sich natürlich dann um das Feuer gekümmert. Hätte ich natürlich auch machen können. Aber da es mir dann nicht mehr so super duper ging, habe ich natürlich die Beine dann erstmal ein bisschen hochgelegt und habe das meinem Mann dann machen lassen. Da haben wir ein bisschen Holz dann beim OBI gekauft gehabt. Das war echt, ich hätte es nicht gedacht. Das waren drei so Beutelchen, die wir dann beim OBI geholt hatten. Die waren mega teuer, finde ich. Aber wir haben die aufgebraucht. Also das hätte ich nicht gedacht. Und dann waren natürlich die ein bisschen größer und die haben wir dann klein gehackselt, dass wir eben so Anschürholz quasi hatten. Ich wollte nämlich nicht extra noch was kaufen. Und dann haben wir auch schon die Stühle geholt und alles fertig gemacht. Und irgendwann, nachdem wir dann quasi das ganze Stockbrot gemampft haben, kam dann meine beste Freundin mit den Keksen und dann haben wir die geöffnet. Und darum ging es ja jetzt um das Geschlecht und welches Geschlecht es denn wird und welches Geschlecht wir bekommen, das seht ihr jetzt. Du guckst hier nicht so genau an. Oh Gott, du bist so süß. Ich habe mir echt Mühe gegeben, vor allem dadurch, dass ich so mehrere Schichten habe. Hast du schon einen Kekse? Ja, wunderbar. Ja, wobei mir so scheinbar ist, dass das auch nicht mehr so ist. Genau. Sechs, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, los. Das war so klar, Mann. Das war so klar. Na toll. Oh, man sieht es ja richtig gut. Noch eine Diva. Doch eine Diva. Also wenn ihr dann alle eure Tage habt, dann gibt es Mord und Totschlag im Haus. Ich habe doch gesagt, mein Bauchgefühl täuscht mich einfach nicht. Also wenn ich drei Tage ausmahne, dann wisst ihr warum. Aber wenigstens, wenn ich mir jetzt keine Gedanken dann um den Namen mache, weil bei einem Jungen hätte ich echt keinen Plan mehr gehabt. Na richtig. Ja.